Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Heyday. In diesem Video erkläre ich euch mal alles über diese Kisten hier, die ihr hier seht. Und zwar vorweg kann man diese Kisten täglich ca. 4-5 mal kostenlos öffnen. Und zudem gibt es noch drei verschiedene Größen an den Kisten. Also wir reden jetzt erstmal von den Farmkisten, gleich kommen wir zu den Stadtkisten. Einmal hier diese, das ist die kleinere, dann gibt es die silberne und die goldene. In der goldenen sind die größten Belohnungen drin, in den silbernen die mittelgroßen und in dieser halt die wenigsten bzw. kleinsten Belohnungen. Aber in jeder Kiste kann man quasi dasselbe erhalten, nur entweder was Schübe angeht in geringerem Wert, also schlechtere Schübe, also von den Sternen her. Oder halt, wenn es jetzt zum Landerweiterung, Schreunerweiterung geht, ist die Menge halt mehr als bei den kleineren Kisten. Ich empfehle euch nicht die Kisten mit Diamanten zu öffnen, das wäre totale Verschwendung, das bringt euch nichts. Und davon hat auch keiner was, also das wäre einfach nur Diamantenverschwendung. Weil selbst wenn ihr Diamanten bekommt, habt ihr nur geringe Menge mehr an Diamanten, die ihr dann bekommen habt. Und ihr könnt halt vier bis fünfmal am Tag einmal bei euch eine Kiste öffnen und bei einer anderen Farm eine Kiste öffnen. Da könnt ihr entweder zu Greg gehen oder wie ich das immer mache oder wie andere es auch machen, zu meiner Farm gehen. Weil meine Kiste spawnt immer hier. Und warum spawnt sie immer hier? Ja, das ist ganz einfach, denn meine ganze Farm ist voll, also ich habe keinen einzigen Platz auf der Farm noch frei, wo die Kiste sonst erscheinen könnte. Also alles ist belegt. Und dann erscheint die Kiste immer hier. Und es ist immer gut, eine solche Farm in der Freundesliste zu haben, denn dann könnt ihr immer hier die Kisten farmen. Das ist echt ein ganz einfaches System. Also ihr geht einfach nur ins Spiel rein, sammelt die zwei Kisten ein, dann geht ihr noch in die Stadt, sammelt auch noch zwei, drei Kisten ein. Dann seid ihr eigentlich fertig damit. Und das demonstriere ich euch jetzt einfach mal. Also ich nehme jetzt erstmal meine Kiste, hier drei Gutscheine, einfach sofort free und dann gehen wir zu einem, der auch seine Farm voll hat. In dem Fall bei mir Roland. Da spawnt die Kiste auch immer hier, da leckt es bei mir auch sogar manche. Und eine goldene Kiste sogar. Und die ist jetzt auch noch kostenlos. Und dann kriegen wir viel Landdokon raus. Man kann sogar, das habe ich jetzt gerade nicht gezeigt, aber ihr könnt einfach zurückgehen, wieder auf die Farm gehen und dann spawnt die Kiste dann nochmal. Und wenn ihr Glück habt, natürlich eine Goldkiste. Das heißt, ihr könnt die ganze Zeit hin und her gehen und könnt dann quasi so lange warten, bis dann eine Goldkiste kommt. Und ich hatte gerade zum Testen zweimal die einfache Kiste bekommen. Ja, natürlich spawnt jetzt keine mehr. Das könnt ihr, wie gesagt, vier bis fünf Mal am Tag machen. Ich denke mal, die nächste Kiste wird zu einer halben Stunde kommen. Aber dann für Diamanten halt. Dann könnt ihr die halt nicht öffnen. Dann könnt ihr euch auch die Wahrscheinlichkeiten angucken und so weiter. Kommen wir zu den Stadtkisten. Das ist eigentlich genauso wie mit den Farmkisten. Hier gibt es nur eine Größe. Und hier habt ihr manchmal auch Glück, dass ihr drei Kisten öffnen könnt statt zwei. Das ist nicht immer so. Und hier spawnen die halt immer nur im Wasser. Ja, das ist eigentlich einfach zu finden. Also geht einfach auf die Kiste. Nehmt euch mit. Geht zu irgendeinem anderen. Das ist eigentlich dann egal zu wem. Nehmt euch auch noch eine Kiste mit. Zack. Puzzleteil. Oh, Puzzleteil sogar. Dann geht ihr nochmal zurück. Und eventuell habt ihr noch die Chance. Manchmal ist das so. Dann spawnt ihr auch einen. Ich gucke dann lieber nochmal. Geht nochmal zurück. Geht nochmal dahin. Da ist eine. Ah, leider nicht. Manchmal klappt das, dass man dann drei öffnen kann. Wenn Hayday so ein bisschen buggt und so, dann klappt das echt, dass man dann schon mal drei Kisten öffnen kann. Und das könnt ihr vier bis fünfmal am Tag machen. Einfach in der Stadt zwei Kisten. Auf der Farm zwei Kisten. Und dann habt ihr einfach easy Belohnung. Für nix. Das könnt ihr in jedem Level machen. Die spawnen ab Level 1. Und ja. Viel Spaß mit den Kisten. Falls ihr Fragen habt oder Ergänzungen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Denkt natürlich hier immer an den Creator Code zur Römer B. Danke Ihnen. Das macht es eine riesen Unterstützung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Abo da. Und einen Daumen nach oben. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.